Die hatten dann gefälligst alles das zu machen, was man so anfiel. Meine Frage wäre jetzt, wie sich das gestaltet hat, wie schwer es denn tatsächlich war, in diesem Kostüm zu arbeiten und ob man da irgendwie Rücksicht auf ihn genommen hat. So, wenn er endlich in diesem Godzilla-Suit war, was waren die größten Dinge, die er zu tun hat und haben sie tatsächlich gemacht hat, wenn er so ein wichtiger Charakter geworden ist für einen anderen Film, einen anderen Film? So machen wir noch einmal in Deutschland wieder auf die erste Anbmung für gute Eigenschaften und wir brauchen mich Bestyn auf die GONILA-GONILA-GONILA. Ich habe das GONILA von GONILA Wenn ich immer über die Stuntman, die ich hatte, dann habe ich mich nicht geschnitten. Ich hatte die Stuntman, dass ich immer so einen selber machen würde. Daher gibt es ein wenig, oder? Ich war hier so, dass ich das hier auch nicht hätte, aber Stuntman nicht mehr machen würde. Wir sind der Arbeit, damit nur ein Stadler und es sind auch gleich. Mein Name ist für mich. Ich bin der Helfer-Fundt und ich bin der Helfer-Fundt. Ich bin der Helfer-Fundt und ich bin der Helfer-Fundt. Und ich habe die Kabel seien. Und ich habe mich einfach mal geholfen. Und ich habe das Kabel, ich habe mich richtig geholfen. Und ich habe mich, dass ich mich so gerne befolge. Ich werde nicht. Ich habe mich sehr, dass ich es nicht mehr so... Ich habe mich, dass ich 100kg-60kg aus dem Kabel habe. Ich habe das nicht gesehen, aber ich habe mich über die USA-Goshina gesehen. Ich habe mich über die USA-Goshina gesehen. Ich habe mich über die USA-Goshina gesehen. Ich habe mich über die USA gesehen. Die erste Godzilla-Suits waren etwa 100kg. Er war nicht ein Teil der Produktion. Dann habe ich dann noch ein paar Suggestionen gemacht. für die die zu machen, wie es leichter und so dann so in der Ende er durch ein und 60 Kilo und er war immer über alle die 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 der und ein japanischer Legendärer Toshiro Mifune stunden und darüber sie ein japanischer Darsteller der through Kurosawa Filme Harunaka from Kurosawa anguckt, da könnt ihr den nochmal ohne Kostüm sehen und tatsächlich gibt es so ziemlich in jedem der Godzilla-Filme aus den 60 Jahren eine Szene, wo Nakajima-san drin zu sehen ist. Ich habe bei einem Q&A in Chicago allerdings mal erfahren, dass er zum Teil selbst nicht mehr weiß, in welchen Filmen er drin ist, deswegen werde ich ihn jetzt nicht fragen, aber da könnte man mal ein schönes Quiz mitmachen und ihm mal ausfragen an Leute, der sich erinnert, aber die Zeit fehlt jetzt, glaube ich. Er hat mir auch mal in einem Interview erzählt, dass er, ja, er hat jetzt das Selbstverständnis, dass Schauspieler gefälligst alles selbst machen dürfen. Das heißt, mich würde jetzt immer interessieren, wie weit dieses Verständnis geht, ob die Kämpfe vielleicht auch noch von ihm choreografiert werden mussten. So, when Nakajima-san is talking about that actors should do their own stunts and stuff like this, Does this also mean that he had to do the fight scenes to choreograph them? Oh, nein, nein, nein. So, als wir die Musiker, die wir erinnert haben, so können Sie, dass die Musiker und die Akajima-san. Wie lange machen wir, Sie τι das ist denn aus? Sie wirdidos, denn wenn Sie, 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 Sie oder Sie, Sie machen, haben Sie aus? Ehm ... Du bist als Actor, du bist alles, du bist alles. 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 Du bist nicht. Du bist alles. Ja, die Special Effects Part wurde ausgesucht von Mr. Tsuburaya. Und er sagte Mr. Nakajima, dass er dieser Monster-Gazilla spielt. Du solltest deine eigene Choreografie für die Spiele. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du nicht der richtige Spiele. Das ist das, was Mr. Tsuburaya gesagt hat. Und er musste die Spiele für die Spiele. Ja, sollte man doch Till Schweiger auch mal anraten. Habt ihr inzwischen eine Frage, die ihr Herrn Nakajima fragen wollt? Sonst mache ich weiter, das ist kein Problem. Aber da hinten wäre eine Frage. Ich will es nicht, wie wir das organisatorisch machen. Amtö, du kannst einfach herkommen und mir die Frage in Deutsch sagen. Ich sage sie in Englisch und er fragt sie dann in Japanisch. Ja. Die Frage war, ob ihr mitbekommen habt, ob die Filme in Japan einen kulturell besseren Stellenwert, so kann man es vielleicht ausdrücken, genießen als hier. Weil hier werden sehr oft als Trash missverstanden, sage ich mal. Okay, this is a very difficult question. You know, over here in Germany, the Japanese Monster movies had quite a big market in the 70s. But because of the editing, sometimes the movies were sold from the American market to Germany. And in Germany all the films are dubbed. So we never saw quite the original version of the original Japanese movie. So a lot of people over here in Germany, because of the fact that the dubbing was poor and it was edited in a different way, it has this kind of trash appeal, which is not such a bad thing, because it's lovingly, it's an appreciation of trash movies. But his question was, if in Japan this kind of trash appeal is also visible to the audience. I think nowadays, back in the 60s, of course not, but how the reception of the movies of the Kaiju Ega is now in Japan. Yeah, it was maybe. I suppose there's a difference. Almost. It was a real call. Oh, okay, fine. You know what I mean? So. Schwierige Frage, sagt's ja. So, I was doing a lot of different things. Ich glaube, ich glaube, das ist ein bisschen anders. Wenn ich die verschiedenen Filmen auf die Farbe-Werklein bin, dann ist es, dass ich die Farbe-Werklein bin. Ich habe die Farbe-Werklein, die ich nicht verletzte, wenn ich die Farbe-Werklein bin, dann ist es, dass ich die Farbe-Werklein bin. Die Welt, wo man sich so weit über die Welt zu machen, muss man sich in der Zeit nicht mehr von der Welt zu machen. Das ist die Welt, wo man sich die Welt zu machen, die Welt ist so bekannt. Die Welt ist so weit über die Welt zu machen. Ich glaube, es ist interessant. Wenn ich es ehrlich gesagt habe, ich bin nicht mehr als das Fahrzeug zu machen, das ist ein Geruch. Ich glaube, es ist ein Geruch. Ich glaube, es ist ein Geruch. Ich denke, es ist ein Geruch. Ja, er ist ein Geruch. Er ist ein Geruch. Der Geruch hat die Verlust abgefunden. Er ist ein Geruch. Weil der Schrift war sehr wichtig, es war sehr directed, und es war sehr gedreht. So, Tsuburaya war ein Master Editor. Er hat auch sehr gedreht den Schrift sehr gedreht. So, ein guter Schrift und ein guter Schrift machte eine gute Movie. Er hat gesagt, die japanische Kaiju-Movies sind nicht trashig. Der viel überzeugender ist, weil die Amerikaner haben eigentlich diese Science-Fiction-Filme wirklich wie B-Filme gedreht. Aber in Japan sind Großproduktionen für die ganze Familie gewesen. Und wenn man sich diese veröffentlichen, die man jetzt hier in Deutschland ja zum Teil von Annolis oder so in restaurierten Versionen zu sehen bekommt, und wenn man sich die richtig ansieht, dann wird man bemerken, dass die eben diesem amerikanischen Science-Fiction-Zeug aus der gleichen Epoche haushoch überlegen sind. Irgendwann hat sich natürlich die Filmlandschaft verändert, und die Japaner drehen ja heute noch mit Student Nation ihre Filme weiter. Student Nation ist also die Kunst, diese Filme mit Menschen in Monsterkostümen zu drehen. Die Amerikaner machen ja inzwischen sehr viel CGI-Effekte, lassen diese Monster digital erschaffen. Pacific Rim wäre ja ein Beispiel. Oder im nächsten Jahr, im April, läuft ja der neue Godzilla-Film, eine amerikanische Produktion an. Das heißt, ich würde jetzt mal fragen, ob, wie er das sieht, er als sozusagen das Auslängeschild für das japanische Suitmation, weil er von einem Film, der jetzt aus Amerika kommt, ja sozusagen, wie die mit seinem Erbe jetzt wohl umspringen. So, I explained that back in the 60s, these films were big budget products and productions, and they were much more advanced than American products of this kind of time in the 60s and 70s. But, I think, one of the facts that there is such a difference now in the reception of the Kaiju Ega is the fact that in Japanese movies there is still work with submation, which I think is, which for me is the reason why I like them and why I prefer them. But we will have a new Godzilla movie, an American Godzilla movie directed by a British director called Gareth Edwards, to be released next year. So, what does Mr. Nagashima think, or what does he expect? He is the person of submation, the legacy, you know? What does he expect from a new American Godzilla movie? How does he expect to be treated or is he afraid of it maybe? How does he expect to be treated? How do he expect to be treated? How did he expect to be treated? How do you expect to be treated? How do you expect to be treated? I used to be the American Godzilla as well as a war. Over the years, we used to play an American Godzilla movie. I was the American Godzilla movie I made a Korean Godzilla movie, but at that time, Ich glaube, dass wir in Japan noch keine Charakter haben. In Amerika gibt es nur einen Namen. Sie können sich自由 und eine Karte finden. Ich habe das Gefühl, dass es so eine Art und Weise ist. Ich habe auch schon mehr Menschen gesehen. Ich habe auch schon gesehen, dass ich am USA verhebte. After die Zeit, das国民 vom Land aus dem Namen von der Verkaufs wurde, und ich habe gesagt, warum man so etwas mit dem Namen sagt, zu sagen. Ich habe auch eine solche Aktion von der Videonferenzierung. Die Videonferenzierung wird, was die Hände zu beraten, ist das eine gute Anforderung. So eine gute Anforderung zu machen, das ist eine lustige Anforderung. Wenn man auch an dieser Anforderungen stimmt, kann man sich auf eine Anforderung zu machen. Ich glaube, ich sehe alleyrãoqi von vielen Filmmen. Wenn ich auf einmal hin zouden wollte, weiß ich, ob ich eigentliche Filmmen schienen würde. Ich hoffe, dass ich mich auf eine ziemliche Helden hatte. Ich bin von einem Wiener Sohn, weil ich hier nicht so viel mache, weil ich so viel Zeit im Namen von ich habe. Ich habe das Film gemacht, dass es so viel Zeit welchen können. Das ist total teuer. Das ist total anders. Ich lese die. Ich arbeite, dass ich es möchte. Ich mache es auch noch einmal. Aber ich bin ja jetzt los, das ist erst mal eine Anrechnung. Aber ich glaube, dass ich mich immer noch mal an einen Teil von den Menschen von diesem Tag. Die Menschen, die ich mir da habe, dann muss ich das Thema machen. Er ist in Wahrheit, die neue Hollywood-Version zu sehen. Denn der letzte Hollywood-Gozilla war ein Vergnügen. Er war ein Deutschland. Ihr kennt das. Aber er ist richtig. Er sah den letzten Godzilla-Remake in Chicago. Und er wusste, er wusste, dass er... seine Landwirte, die japanische Leute, die diese Godzilla-Remake nicht mag. Denn in der Zeit, Toho Studios nur die Name-Gozilla, nicht die Charakter. So, you know, the script was completely different. The script was more like a manga, comic book story. And he believes a real Godzilla movie should be a serious science fiction movie. So, you know, he's looking forward to seeing the new version. And he wished he could be invited to the set, but he wasn't. So, but I hope, you know, he hopes that this new Hollywood-Gozilla is made by serious filmmakers. And I think, um, one of the stars of the first Godzilla movie is actually in the movie Akira Konarada, I think. So. So. So, since he hasn't seen the script, maybe it's just the one scene cameo or something. But, uh, yeah, he's aware of that. Yeah. Okay, also, ihr habt ja verstanden. Also, er ist jetzt positiv überrascht. Ich weiß nicht, ob er, er hat doch Erwartungen positive an den Godzilla-Film. Ich sogar auch. Es ist schwer einzuschätzen, ob das japanische Höflichkeit ist, aber war ja schon recht deutlich, dass er den Emmerich Godzilla nicht mochte. ähm, schon außerordentlich deutlich für japanische Verhältnisse. Ähm, ich würde jetzt nochmal fragen, weil er hat ja tatsächlich auch mal ein amerikanisches Monster gespielt, nämlich King Kong 1967 in King Kong Frankenstein Zoo. Ähm, ja, da gab's also schon mal so einen kulturellen Austausch. So, er ist eigentlich in 1967, er war King Kong, so einen amerikanischen Monster. Ähm, was war seine Ansicht in Zeit? Und, ähm, was er, weil da auch, ähm, da war auch ein amerikanischer Äcker involviert in der Produktion, ähm, ja, was er, 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wenn du irgendwie ein bisschen was hast, dann kannst du es nicht nachdenken. Wenn du das so machen kannst. Dann kannst du es nicht aufhören. Du musst deinen Akkong ausprobieren. Du musst dir ja wirklich aufhören. Wenn du KING-KONG spielst du, There was, I guess, American producers, or the American rights owner of King Kong, was present at the production in Japan. And I guess they liked what he was doing. So these American producers invited him to come to Hollywood and play King Kong. So he went to Mr. Tsuburaya and said, can I go to the United States and play King Kong? And Tsuburaya was really mad, saying, but do you have to stay here and do my next picture? So I'm not going to let you go. So that's what happened. Also, es ist tatsächlich so, dass die amerikanischen Rechteinhaber damals in Japan waren, weil es eine amerikanisch-japanische Produktion war. King Kong Frankensteins Sohn heißt der deutsche Titel. Und sie ihn fast abgeworben hätten, aber natürlich ist die Loyalität der japanischen Produktionsfirma gegenüber sehr viel größer gewesen. Das heißt, er hat also eigentlich wirklich auf eine Karriere in Amerika vielleicht verzichtet, weil er einfach der Meinung war, er muss da bleiben, wo er herkommt. Und Ichi Tsuburaya, also der Name, der immer wieder auftaucht war, der sozusagen sein, ja sowas wie sein Entdecker und der Spezialeffekt Regisseur, so würde man es vielleicht übersetzen, für all die Szenen mit den Monstern. Das heißt, Ichiro Honda hat in der Regel die Szenen mit den Darstellern gedreht und Tsuburaya die Spezialeffekte sehen. Wir sind jetzt am Ende und wir sollten uns jetzt alle noch mal recht herzlich bedanken, dass Godzilla extra von Tokio hier nach Deutschland gekommen ist, um uns zum ersten Mal sein wahres Gesicht zu zeigen. So, das ist ein big thank you, dass, finally, Godzilla came, showed his real faith to the German audience, after all, after, I don't know, 60 years? Ah, actually. All right, we're here to see. Okay, so. Alright, let's go. Well, there we go. Why are we here to see? Oh, my God. Oh, so. Is that right? Oh, my God. Uh, who I have, as I am? Oh, my God. 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 ... des ersten Godzilla-Kostüms gewesen. Die haben tatsächlich im ersten Godzilla-Film auch noch zwei Leute gehabt, die das bedient haben. Es gibt ein schönes Foto in einem japanischen Making-of-Buch, wo man Nakajima sieht, wie er sozusagen nur die Hosen von Godzilla trägt, weil durch dieses Schwere des Kostüms haben die das irgendwann auseinandergenommen. Und er läuft dann wie mit so Godzilla-Hosen durch so ein Set, durch so eine Stadt. So, du bist heute noch ein bisschen hier, auf der Veranstaltung. Also während auch Fragen an Jörg hat oder so, kann Jörg ansprechen. Auch deine alten Sachen, deine Produktionen, die du selber gemacht hast. Genau. Gut. Aber für mich ist es jetzt weitaus spannender gewesen, mit Godzilla zu sprechen, als über meine ollen Horror-Filme. Super. Rechtssätzlichen Dank nochmal, Jörg Botenkart. Und ich habe ein schönes Autogramm bekommen. Ich auch.